In diesem Video geht es darum, was zu tun ist, wenn nach der Neuinstallation von Windows eine Festplatenpartition nicht mehr im Explorer angezeigt wird oder wenn Sie eine neue Festplatte in Ihrem Computer installiert haben und diese auch nicht angezeigt wird, obwohl sie im BIOS angezeigt wird. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem, beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Gerät. Unsere Experten beantworten gerne ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Also fangen wir an. Wir klicken mit der rechten Maustaste auf das Menü Start und wählen Datenträger Verwaltung aus der Anzeigeliste. Wenn Sie eine Partition auf Ihrer Festplatte verloren haben, überprüfen Sie, ob nicht zugewiesene Bereiche vorhanden sind oder ob der Bereich bereits verteilt ist, aber einfach kein Laufwerkbuchstabe vorhanden ist. Es kann vorkommen, dass die Festplatte Daten enthält, denen jedoch kein Buchstabe dazugewiesen ist. Beeilen Sie sich nicht, daher Maßnahmen zu ergreifen, um den Verlust dieser Daten zu vermeiden. Stellen Sie zunächst sicher, dass der Bereich nicht nicht zugeordnet ist und dass es nicht beispielsweise um einen NTFS-Datenträger handelt. In diesem Fall müssen Sie nur einen Laufwerkbuchstaben zuweisen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf diesen Bereich. In diesem Fall sollte das Menü den Punkt Laufwerkbuchstaben oder Laufwerkspfad ändern enthalten. Klicken Sie auf hinzufügen, wenn Sie ein Laufwerkbuchstaben. In unserem Fall ist dies Laufwerk D. Klicken Sie auf OK. Wir prüfen. Laufwerk D wurde in Explorer angezeigt. Trotzdem handelt es sich um einen nicht zugewiesenen Bereich. Klicken Sie darauf und wählen Sie im Menü ein einfaches Volumen erstellen. Klicken Sie also auf Erstellen Sie die Größe des Volumens ein. Die Standardeinstellung ist die gesamte verfügbare Größe. Klicken Sie auf Weiter. Weisen Sie einen Laufwerkbuchstaben zu. In unserem Fall belassen Sie das Standard E weiter. Wir lassen alle Parameter unverändert, da für die modernen Versionen des Windows-Betriebssystems NTFS die beste Option ist. Weiter. Klicken Sie anschließend auf Fertig. Stellen Sie und warten Sie einige Zeit. Datenträger A wird im Explorer angezeigt. Wenn Sie eine neue Festplatte im Computer installiert haben und diese nicht im Explorer angezeigt wird, müssen Sie im Dienstprogramm Datenträgerverwaltung überprüfen, ob sich im System eine nicht initialisierte Festplatte befindet, wie in diesem Beispiel. Klicken Sie in diesem Fall mit der rechten Maustaste auf diesen Bereich und installieren Sie die Festplatte. Wählen Sie die Art der Abschnitte, entweder MRB oder GPT. Ich würde Ihnen raten, GPT zu wählen. Wählen Sie einen modernen Computer mit UFI haben. Wenn Ihr Computer UFI nicht unterstützt oder Sie es nicht genau wissen, wählen Sie den MBR. Klicken Sie auf OK. Der Datenträger ist installiert, wird jedoch weiterhin nicht im Explorer angezeigt, da ein nicht zugewiesener Bereich vorhanden ist. Klicken Sie zum Installieren mit der rechten Maustaste auf diesen Bereich und wählen Sie Create Simple Volume. Hier führen wir die gleichen Aktionen aus wie im vorherigen Beispiel. Als Ergebnis haben wir eine Diskete im Explorer. Ich hoffe, diese Informationen haben Ihnen weitergeholfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie unseren Kanal. Tschüss.